Dokusat. Brandneu im TV ab 1. Januar 2024 auf einer etablierten Frequenz mit hoher Performance. Hochwertige Dokumentationen Tag und Nacht. Hier gibt es die gesamte Vielfalt an Wissen, Tierwelt, Natur und Gesellschaft. Bei Dokusat tauchen sie ein in die faszinierende Tierwelt, werden zum echten Entdecker und Naturforscher, erleben die schönsten und abenteuerlichsten Reiseziele. Dokusat. Brandneu im TV ab 1. Januar 2024.